Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben ein Experiment gemacht. Und zwar haben wir uns einen neuen Account erstellt, den EAFC24. Und wir hatten eine Stunde Zeit, einen neuen 90er zu ziehen. Also ich wollte gucken, ob es möglich ist, weil alle ziehen irgendwie 990er. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der immer noch keinen gezogen hat. Wir haben ein kleines Extra. Und zwar darf ich einmalig aufladen, 100 Euro. Und ob ich es geschafft habe, einen 990er zu ziehen, findet ihr im Video. Lass gerne auch nach oben da, lass gerne einen Kommi da und lass gerne ein Abo da. Eine Stunde Timer. Drei, zwei, eins. So, eine Stunde ist los. Eine Stunde ist loszuling. Wir gehen rein. Frankreich, wir sind in Frankreich mit. Wir sind in Frankreich mit, Digga. Nagelneuer Account-Chat, ne? Frankreich, du bist in MOP? Ah ne, das geht gar nicht, Digga. Ja, ja, juckt nicht. Gib mir irgendeinen. Oh, man muss hier so viel Faxen auf einen neuen Account. Ja, Ersatz, danke. Nimm Cancello, super. So, wir nehmen Belge, Trikoscheißegal. Und ne, Mexiko-Trikos, so, cool, cool, cool. Wapp, nehm ich einfach, Render, so, cool. So, pass, pass, pass. Oh, ha, als ob, ob ich einen neuen Account erstellen habe, bekommst ich einen Free-Flashman. Das ist krass. Wir gehen in den Shop rein. Ja, Pia, hast du das pickt, wartet. Come on. Das Ding ist, kann auch sein, dass wir einfach nach 5 Minuten einziehen, dass das Video schon vorbei, ne? Hallo? Nein, nein, nein. Nein, nein. Wir haben September. Wir haben eine Stunde Zeit, ihr ey. Bitte, bitte, bitte. Fack doch nicht ab, oder? Ich mache Zeit, nicht mal Pause. Ah, nicht, ich mache keine Pause. Scheiße, ich bin ein wahrer Hustler. Ob ich es vorbestellt habe, nein, noch nicht. Pick ist da. Wichtig, tot. Okay. Wir müssen hier einfach 5 Minuten mal 10er ballern, ne? Schön, dass er das Schlausel machen kann, glaube ich. Erstmal die Base mit Cs machen. Oh nein, Erna. Erna, nein, es käme, oder? Ne, er muss nicht. Oh mein Gott, wir machen Pause. Wir müssen jetzt kurz die Zeit pausieren. So, ich mache auf. Erstes für was, weil C auf 9 Accounts habe ich geschenkt bekommen. Bitte, F199, da bin ich durch. Aha, was ist das? Doppeltorti, ist gut. Skippen, 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 skippen. Das heißt, es kann ein Footy dahinter sein, bitte. Scheiße, kein Footy. Wir haben jetzt Packs. Wir müssen Packs aufmachen. Egal, ich gehe hier rein. Lieber auf die Kacke, wir haben keine Zeit. Gib mir F199. Ja, Footy. Der erste Footy. Was ist das? Doppelt Footy. Ihr könnt's beten jetzt. Ihr könnt's beten jetzt. Bitte, yay. Oh, 97. Oh, das sind alle tradable. Ich verkaufe dir einfach alle. Ich card dir einfach, glaube ich, alle, oder, Chad? Wir machen noch ein Super-Karte-Karte auf, Digga. So. Icon. Was ist das? Doppel-Icon. Oha, Schafschenko und? Lautaro! Nein! Nein! Ich dachte, Lautaro ist 99. Ich dachte, Lautaro ist 99. Oh nein! Oh mein... Nein, 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 nein. Nein, wir haben drei Footys gezogen. Scheiße. Hier, das ist untradeable. Come on. Macht jetzt nur 600k. Nein, Lüge. Was ist das? Doppeltot? Skip. 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 Scheiße. Scheiße, kein Footy. Wir haben nur noch 4.000 Points von 12.000, Bruder. Nach drei Shop-Packs, Chad. Okay, mach das zweite hier von auf. 15k-Pack. Skip. 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 Haaland geht eh nicht. Scheiße. Ich geh hier rein einfach. Scheiß drauf. Er ist das ZM? Skipper. Junge, egal, ich hatte Footy. Bam. Bam. Was ist das für ein Pack gewesen, Chad? 30 Selten, ne? 30 Seltene Gold-Profis. Oha, was ein geiles Pack. Ah, okay, Gold. Ja, scheiße. Ich bin leiser, das ist gut. Ich bin leiser, das ist gut. Ich wollte nie wieder über Packs reden. Diese Packs so bei mir reingehen. Wie sie beim letzten Pack von meinen Points sich ausgeben durfte, ne? Aber wir haben noch keinen krassen Footy. Das letzte Pack von 100 Euro sind ein Clean-Bag. Ihr seht's ja hier, da stehen noch 2000 Points. Kein Footy. Kein Footy, Bruder. Kein Footy. Mein erstes gemachtes für Marshmallow 10. Was ist das? Skipper. Scheiß auf die Digga. Bitte. Woh! Oh! Chaos Albertus. So eine gute Karte. So, come on. Putty! Na ja, dann die, wir haben es beendet. Wir haben es beendet, sage ich. Guck zu, Chad und lernt. Guck zu, und lernt, schätzt. Brunaldo. verpässt dich mit lito mann nein tot 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 tschüss digga was das wie karten manchmal 10 futti bitte come on come on come on icon wer ist das ja ich auf den kien glaube ich ja weg aber 97 bitte 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 ok ja bitte 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 97 so rein da scheiße es gibt 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 die mann nein ich zieh so viele torts 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 aber wir gehen rein skippen 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 wow ich brauche keiner von ok wer ist das kann es 99er sein ich glaube nicht ich weiß es nicht gibt es die 99er em icon matthias und oha sie dann sind 98 ok ist kein 99 was geil ist geil ist geil ist geil ist geil ist geil ist geil so klappt zweimal der 99 bruder ok ok ui kommt auch bei ja noch ein futti um call palmer putti bitte wenn ich auf diesem account schaff an der 90er zu ziehen würde ich halt krass da auf der welt gucke ich hab doch mein main account nicht geschafft oh park 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 skippa 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 ich mache jetzt zwei flash bei 10 hintereinander so guck jetzt pfeifett so bitte noch 20 minuten skippa skippa oh tschäsch aber es ist nicht mal schlimm es ist nicht schlimm es ist nicht schlimm wir haben es geschafft 1x1 plus pik zu machen oh bitte 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 die a-spots oh mein dritter 98er jungen ich zieh 3 98 aber keine 99er chat gepasst 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 weg 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 Es wäre 96 plus Peek. Bei 2.6 plus Peek. Bitte. Nein, 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 nein. Putti? Was ist das? Santos, bitte. Bitte, beendet es. Ei, Ramirez, weg. Weg, 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 weg. Skipp, 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 skipp. Alaba, glaube ich. Ich glaube, es war Alaba wieder. Okay, warte, Alaba. Diskart. Hangzeit. Skipper, 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 skipper. Oh, nicht bei einem Putti. Eiken? Gibt es 99er? Ich weiß es nicht. Skipp, okay, skippe. Am Ende wäre R9 oder so, Digga. Speichel. Ah. Skipper. Skipper. Es sind keine Putti. Es sind keine Putti, sag ich offiziell. Wo sind die Putti? 10 Minuten Chat. Oh, lieber, warum bist du nicht 99? Warum bist du nicht 99? Warum bist du nicht 99? Wo sind die Putti? Nein. Nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Es ist okay, Putti. Es ist schon ein Krampf. Okay, Chat. Ich wach auf, ich wach auf, ich wach auf. Also, 3 Minuten 22. Putti, bitte. Bitte. Ich muss skippen. Scheiß drauf. Ich hoffe, 99 ist einfach da jetzt. ich skippe, bitte, bitte back three back footy gegen ende back three back am ende kommt der 99er walker 97 muss ich stehe jetzt kt98 kt98 gott 500.000 gold nein nein es war back three back bitte back four back back four back der sinu nochmal heizmaul heizmaul warte mal ist der hinter jetzt höher als der sinu ist der höher ich habe ich habe noch zwei spezgläubig ich habe zwei spezgläubig nicht mehr so letzte spezgläubig von mir ich lass los ich habe es nicht geschafft wir haben so viel krasse sachen gezogen bruder oder was ein krankes team ich gezogen habe chat 97 team bewertung einer stunde ist das mein team hier lautare ist auch noch drinnen chat ach du schein ich habe einfach zweimal jazino gezogen ne bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal